Hi Freunde, willkommen zum nächsten Test. Wir haben hier die TB131 von Tropic Feuerwerk. Ein F2 Artikel und zwar hat die Batterie 450 Gramm NEM, ist aus der Animal Friendly Reihe, sprich tierfreundlich und hat einen leiseren Effekt. Soweit ich weiß ist es eine Cracking Cometen Fächerbatterie mit 450 Gramm, habe ich glaube schon gesagt. Preislich liegen wir hier bei 20 bis 23 Euro, je nachdem wo ihr kauft. Und zum Vergleich habe ich euch hier oben mal noch eine Panda Fire und einen Hypnotica draufgetan, so mal zum Größenvergleich. Ich habe die Batterie auf YouTube noch nicht entdeckt, also sprich ich habe jetzt sie auch durch Suchen nicht gefunden, also ich habe eingegeben Happy Puppy Tropic. Da kam ein Video, aber das war das Hersteller Video, deswegen dachte ich mir, ich filme die Batterie mal für euch noch live ab. Wie gesagt, eine angebliche Comet Cracking Fächerbatterie. Also Freunde, wir sehen uns ja gleich draußen zur Zündung und bilden uns unsere Meinung, ob die Cometen Fächerbatterie ihre 20 oder 22 Euro wert ist. Also Freunde, bis gleich draußen. So, jetzt kommen wir zum Grape Puppy und zwar angeblich eine leise hundefreundliche Fächerbatterie. Also wenn die Hunde freundlich ist, weiß ich auch nicht. Okay. So, jetzt kommt's nachачig. So, jetzt kommt es zum Schlauchbatterie. So, jetzt kommt's zu Schlauchbatterie. Ja, hier Donut, ich habe einen Schlauchbatter. So, jetzt kommt's, was wir heute falsch zipper. So, jetzt kommt's raus.